Oh, Karls hat ein neuer Design rausgebracht? Ah, hi! Genau du! Ich habe auch ein neues Design, ja? Willst du etwa den Silvester-Merch von Franzl, die Franzl Silvester Edition? Oder eher das neue Raketendesign? Schreckt unbedingt die erste 30-Job-Job ab. Und ja, willst du das dann hier? Bam! Äh, äh, bam! Äh, willst du, willst du einen, 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 einen Rucksack? Bam! Oh, äh, 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 hallo? Äh, 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 äh! So, dann haben wir ein neues Video hier auf meinem Kanal. Und heute schauen wir uns nämlich ein sehr altes Video. Das Video ist, glaube ich, von, äh, ich kann mal nachschauen hier. Das Video ist von Flo, nämlich von, äh, 22.8.2013. Das sind, also ich nehme das Video gerade am 26.12. auf. Es sind knappe sieben Jahre, oder sieben Jahre, fast sieben Jahre, in ein paar Tagen sieben Jahre. Übermorgen ist nämlich auch Silvester, also wenn das Video rauskommt. Und, äh, ja, wenn wir schon hier bei Silvester sind, wie gesagt, Julianos.30.job. Wie gesagt, Julianos.30.job. Jo, mai. Ich habe ja auch gerade, äh, äh, Franzos Silvester Design an. Jo, mai. Wie gesagt, Julianos.30.job. Dann gibt es ja auch noch das andere Design, nämlich, äh, das, äh, Raketendesign hier. Nämlich, ich hoffe, man sieht es hier. Richtig cool, wie gesagt, einfach Julianos.30.job. Hier, äh, ist noch das, äh, nochmal das Raketendesign, äh, als T-Shirt hier. Jo, mai. Wie gesagt, einfach Julianos.30.job hier vorbeischauen, äh, für die ganzen Artikel. Und, äh, ja. So, dann würde ich jetzt auch sagen, äh, beginnen wir mit dem Video. Das finde ich, äh, nämlich ein Video, da habe ich und Flo gespielt vor ein paar Tagen. Also vor ein paar Tagen, vor ein paar Jahren. Und, äh, genau. Nämlich haben wir da, ähm, nämlich haben wir da, ähm, äh, Slender hier gespielt. Und, äh, Slender, ich glaube, Slender ist auch schon acht, sieben Jahre alt, ja, Leute. Und damals war ich sieben Jahre. Einfach, es war vor, ja, ich bin jetzt 14, also genau vor sieben Jahren eigentlich. Und ja, Leute, für alle, die sich fragen, ja, ich bin 14, ja. Okay, legen wir mal los hier mit dem Video, so. Ja. Hi, Leute, hier ist wieder mein Accounts, wo wir mit dem Video spielen, und, äh, heute spielen wir Slenderman Shadow, genau das, was wir spielen. Und, äh, ich spiele heute, nämlich mein kleiner siebenjähriger Bruder, der Julian. Hi, Leute, ich bin 14. Ich habe das schon kein Juli, ist er 30 gesagt, oder? Wir spielen wie Slenderman Shadow, aber nicht ich spiele heute, nämlich mein kleiner siebenjähriger Bruder, der Julian. Hi, Leute, ist er 30. Ja, genau. Ja, Armee, Minecraft Professor Julianus, dann 30, vielleicht. Ja, Leute, ich habe damals schon, ja, so, schon lange die Zeiten her. Ich glaube, mein Kanal, denke ich, ähm, ist, glaube ich, whoops, ähm, ist mein Kanal, wie alt ist mein Kanal schon? Mein Kanal ist, äh, was sehen wir gleich, ja, äh, auch schon genau dann, habe ich irgendwann, äh, warte mal, wann ist das Video rausgekommen? Das Video ist, äh, es ist der 8er, und das war, äh, 8er, lol. Ein Tag nachdem, nachdem ich, äh, nachdem flote sich das Video, oh klar, na, habe ich einfach meinen YouTube-Kanal erstellt, also, vor, vor sieben Jahren fast, äh, ist mein YouTube-Kanal schon, aber ich mache es halt ein, äh, 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 ein Dings hier YouTube. und genau damals wirklich richtig angst das lander mein war einfach damals wie kam also ich weiß jetzt ich habe jetzt wirklich fürcht mich nicht wirklich von irgendwas anderen aber wenn man bald wirklich der top things hat damals auch richtig creepy passt also zu geben von slenderman okay habe ich denke klungen habe leute karneval genau karneval noch eine coole map ok ok jetzt bin ich gespannt jetzt bin ich jetzt wirklich vier jahre nicht wo sind wir hier richtig viele haben auch gesagt dass ich ganz so alter alltag sagt muss zuhören erzählt mal wie viel mal erzählt wie viel mal ich alte gesagt habe und schatz in kommentare wie viel mal alter ich gesagt habe also es ist immer gleich ist qualität so schlecht oder ne sie hat die ok 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 ich habe auch was für youtube weil youtube verdünkelter ist ok ich habe geklungen wie ein komplett andere menschen mit kurz alter einmal ich wollte nicht was ich sagen soll ja ich war euch der beste youtuber und hinter jeder ecke kanal stehen ich erschrecken ich schreibe ich habe sogar gestanden und kann das spiel nämlich für alle die sich wissen als manches lander man ist praktisch so eine art also wenn der kommt der geht hinterher wenn sich weg grenzt dann kommt praktisch und leute keine angst es kommt ein jumpscare aber er ist nicht zu groß wie das war vor sieben jahren fast leute vor sieben jahren schaust so sieht nämlich aus und gemacht nämlich zwölf monument hier finden müssen und wenn man die alle geschafft hat dann habe praktisch die welt geschafft hier also ein teil des spiels genau ja das war nämlich die einzige sackgasse ich kann mich richtig erinnern ich hoffe das sound geht ja kann auch hochstellen ich hoffe ihr könnt ihr was hören wir müssen wir hier schon gewachsen oh mein gott ok ok liegt irgendwas ich heiße nicht baby julian baby julian ach ja jetzt habe ich schon zwei von zwölf oh mein gott zwei von zwölf ok war richtig cool einfach und wer das video hier warte ich muss ja stoppen wer das video hier sehen will unbedingt ich glaube zweiter link in der beschreibung denke ich einfach mehr anzeigen auf die beschreibung klicken das video hat eh nur 88 85 aufrufe hier 85.000 statt um den kommentar ich habe ja auch vor sechs jahren kommentiert statt um den kommentar vielleicht sehe ich es nachher ich möchte mich irgendwie nicht um hinten schauen weil er kann ja ja ich wollte sagen ich wollte mich nicht umdrehen wenn die kamera wenn die wenn die dings hier flackert wenn die tasche flackert dann ist es am ende da habe ich richtig angst gekriegt sagen wir waren überall schon ok cool ich wollte einfach nur neben mich setzen wirklich manche leute manche youtuber faken dass das irgendwie nicht in dunkel spielen aber wir haben wirklich in dunkel gespielt ja oh mein gott aber richtig cool aber es ist richtig creepy eigentlich auch gell da war er Leute habt ihr gesehen ich renne halt genau hin leute genau zu dings genau zur hand aber der packt ja auch dings und jetzt leider kommt ein jumpscare keine angst ich habe mich schick ich habe mich einfach so im schock leute alter 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 ich habe mich erschreckt damit schiff kann es laufen das wird schiff kein laufen genau genau so gerannt ich kann mir ein bisschen weiter nach vorschulen passiert noch irgendwas ich habe später da bin ich noch gestorben oder die kinder analysieren das jetzt wie man richtig gestorben ich habe so große angst ich stehe da noch hinter irgendeine ecke wahrscheinlich oder alter 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 ich wollte jetzt erst bei der tür raus aber dann bin ich wieder in sackgasse gerannt ich habe das ganze gepackter alter 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 ja das war schon okay mit der ersten runde aber die erste runde war schon ja wir können noch eine runde spielen so julian deutet mir nein aber ja eine runde kommt kommt und deutet wir haben eine map aus welchen willst du ich kann mal vielleicht fuß gemacht ja so ist besser das ist das ist das ist speziell nehm wir mal der christmas special dass du ja das das macht mich nicht zu angst na egal ich lass dich mal christmas christmas weihnachten wir haben auch solche monumente finden müssen solche geschenke glaube ich nix irgendwas nix irgendwas ich weiß nicht kleiner baby julian oh ihr könnt mal irgendwie solche memes machen oder so äh mit baby also baby yoda gibt es jetzt wer weiß nicht kennt mandaloran baby yoda und äh ihr könnt mal solche baby julian dings machen äh solche memes ihr könnt mir auf discord oder so schreiben wie gesagt dritte linken überschreiben leute ja schneemann ja macht mir angst ja alle baby julian die macht alles angst ja die musik ähm solche hiphop musik ja okay also damals war es auch richtig top level äh horror game sind aber richtig beliebt auch damals schau dich mal um ähm ich glaube das war auch einer der schweresten level äh ja alter ist aber das weiß ich mal er ist in der nähe er ist in der nähe er ist in der nähe er ist noch ein geschenkter baby yoda ja 3 3 ok ich will es sich ich suche nur noch sehr lange also halt das ist eh immer dasselbe video ja wie gesagt ihr könnt es einfach das selbe anschauen ich will jetzt nicht das ganze video anschauen ich hab so groß angst 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 oder ich hab so groß angst oder ich hab so groß angst oder doch alter 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 ok aber immerhin die hälfte von den geschenken hast du ja die hälfte geschenken immerhin baby oder ja nur die hälfte der geschenke die du mal kriegst oder oh oh ja ok ähm das war es dann ich hoffe es dir gefallen ja ich hoffe euch hat es dir auch gefallen äh lasst doch mal ein like mit dem abo da für mehr äh reactions hier wie gesagt schaut die hälfte ab äh für die saftigen designs wie gesagt die hälfte silvester designs ist in zwei tagen wie gesagt einfach die hälfte 30 putjob und äh ja damit ich sagen lasst ein like und ein abo da und äh ich hoffe ihr hattet ein schönes weihnachtsfest hier und äh wie gesagt hier hälfte 30 putjob ab äh aktiviert die glocke und äh schreibt hashtag glockglock in den kommentaren und schreibt wie viel äh wie viel mal ich alter in dem video gesagt habe ja und äh ja check die hälfte silvester aktiviert die glocke und äh lasst abo und like da und ciao ciao bis zum nächsten Mal 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 Bis zum nächsten Mal.